Ja, ich meinte einfach nur, es ist schwer, es ihr beizubringen. Vielleicht könnten wir eine andere tolle Sache nehmen, weil diese ist... Ich weiß gar nicht, was du hast, Priegel. Chili ist ein Mädchen und Mädchen mögen Handtaschen. Und vor allem, wenn sie rosa sind. Äh, wie bitte? Habe ich da gerade was von rosa gehört? Äh, fang mal an. Ja, bitte. Moment, Zerwella. Hallo und herzlich willkommen zu Tolle Sachen. Sag mal, Priegel, was wollte unser Regisseur eigentlich wirklich? Es war so allgemein, wir hatten das... So, also, Täteretä, äh, wir haben heute eine besonders tolle Sache, Chili, die auch dir sehr gut gefallen wird. Es ist heute eine, eine rosa Mädchen-Handtasche, rosa-rot, tralala, täter, hä, hä, hä. Ja, und da ist alles drin, was ein Mädchen so braucht. Es ist ein, eine rosa Haarbürste da drin und, äh, zwei rosa Schühchen, hä, hä. Und dann ein, äh, Nagel, ein Nagelset, ein rosa. Ich bin wild und gefährlich und keine rosa Strickliesel. Ah, wir haben ja zum Glück noch unseren Testkandidaten, Täteretä. Ja, und zwar heute ist der glückliche Testkandidat für unsere Mädchen-Handtasche, Täteretä, hä, 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 hä. Ist heute Brot, das Bernd, da, äh, hä, Bernd, das Brot, ja. Heute habe ich aber mal richtig Lust, eine tolle Sache zu testen Oh, es ist etwas für Mädchen Nein, wie schade aber, aber dafür bin ich ja leider nicht geeignet Zum Glück Tschüss und auf Wiedersehen Halt, Bernd, hier geblieben Du musst so tun, als ob du ein Mädchen wärst, bitte Was? Nein, nein, nein Dieses komische rosa Zeug ist viel zu kitschig Du darfst gehen, Berndi, sowas kauft doch sowieso keiner Bleiben, gehen? Könntet ihr euch bitte entscheiden? Ja, du bleibst und zwar verkaufen wir jetzt endlich unsere Handtasche rosa-rot Nein! Ha, Berndi, ich habe keine Idee, was er jetzt hat Wir streiken Was? Moment, 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 Moment Also Streik gibt es hier nicht Los, weitermachen Busch, dann machst du die Sendung alleine Hallo, ich... Aber... Na los, Herr Busch Die Sendezeit Nun hängen Sie sich aber mal richtig rein Na, wartet ihr beiden Ihr werdet schon sehen Also, liebe Zuschauer Wir haben hier diese Wunder, diese formschöne Mädchen 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 Also diese, diese formschöne rosa Wo man auch diese netten, diese reintun, wenn man wirklich will Und wenn... Also... Äh... Eine rosa Handtasche haben mit so vielen nützlichen, kleinen... Ruhe Hallo. Wir sind so ein sympathischer Moderator. Ich möchte bei Ihnen die rosa Handtasche kaufen. Echt? Nein! Wiederhören! Reingefallen, reingefallen, reingefallen! Na wartet, um euch kümmere ich mich noch. Aber jetzt verkaufe ich diese dämliche Handtasche. Was ist das? Mit dieser Ankettungsaktion protestiere ich gegen diese alberne tolle Sache. Jawohl, sehr richtig. Genau. Okay. Okay. Liebe Mädchen, falls ihr eine rosa Handtasche und daran angekettet ein Brot haben möchtet und sofort anruft, bekommt ihr dazu ein Glas Quitten-Marmelade und einen großen Toaster gratis. Ruft an. Du kannst nicht einfach unseren Bernd verkaufen. Ach, kann ich nicht. Wollt ihr das Brot? Ruft an. Warte, Bernd, ich rette dich. So. Chili Power! Meine Damen und Herren, der Streik im Kika wurde soeben offiziell für beendet erklärt. Dicht wahr, Herr Regisseur? Also, zum ersten Mal hat mir diese bekloppte Sendung richtig Spaß gemacht. Sag mal, könnten wir vielleicht jedes Mal streiken? Ja, jedes Mal streiken! Ich gehe jetzt mal vor! Chili das Schaf, priegelt der Busch und Bernd das Brot sofort in das Büro des Senderchefs. Sofort! Dankeschön! Äh. Oh-oh. Oh-oh. Sofort! Mist!